Schmuckstück am Rathausplatz ist das Kaisersche Anwesen, ein schöner Fachwerkbau mit reich verziertem Ärger aus dem Jahr 1634. Das Kaisereck war das einzige Anwesen am Rathausplatz, das zumindest mit dem Holzgerippe den Bombenangriff im Dezember 1944 überstanden hat. Es ist ein typisches Renaissance-Fachwerkhaus, wie es mehrere in Anweiler gibt. Schauen Sie zum Beispiel mal in die Apothekergasse neben der alten Triefelsapotheke. Dort sind weitere schöne Fachwerkhäuser zu sehen. Gegenüber, im Hof der alten Triefelsapotheke, befindet sich ein kleiner, sehenswerter Kräutergarten. Zu sehen sind etwa 80 Heilpflanzen, beschriftet mit Namen und Anwendung.